Oh, 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 was geht ab ihr geilen Clubspruchs? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Rocket League, die zweite und ich bin immer noch scheiße, wie man gerade sehen kann. Was war das schon wieder, Alter? Ja, wir spielen hier Wumble wieder und ja, das liegt halt daran, weil das der einzige Modus ist, wo ich was kann. Gut, ich bin tot. Hauptsache, ich habe gerade gesagt, ich kann was. Und, Alter, was ist hier los? Ich komme nicht mal dazu, zu sagen, dass noch einer dabei ist. Ja gut, einer ist noch dabei. Ich kann das nicht. Herzlich willkommen von mir. Es kann halt nicht jeder die Robbe sein. Ja, also ich bin gerade übersteuert. Ich drehe hier mal ein paar Ründchen. Bist du Twins Cube? Ganz vergessen, ja. Ich bin Twins Cube. Ah, es fängt wieder an, Alter. Ja. Du hast gerade eine super Vorlage gemacht, nur um dir das mal so klar zu machen. Ja, pfff, alles easy. Boah, der hat gerade Posi mit mir geswitcht. Dann switche ich einfach mal Posi mit ihm zurück. Einfach mal die harte Rache. Also, Gameplay technisch könnt ihr bei mir immer noch nicht viel erwarten. Das hat sich nicht geändert. Das wird sich auch nicht ändern. Oh, shit. Ich bin schnell. Ich nehme ihn mit. Nein. Nein. Das wäre so schön gewesen. Das wäre aber auch nur einmal vorgekommen in 50 Jahren. Sonst kriege ich nie wieder was hin. Boah, jetzt bin ich mega stark, Alter. Ich bin halb. Pass auf. Nein. Das will ich sehen. Nein. Das Problem ist, ich treffe gerade keinen. Ich treffe keinen. Hat er dich auch mal irgendwie einen Stein geworfen oder sowas? Oder einen Felsbrocken oder so? Ich glaube schon. Da waren einige dabei. Er hat einmal Iron Man geworfen. War Flugzeuge. Hat er auch geschrieben. Stein! Okay, das war ein bisschen zu doll. Ja, genau so war das damals. Ich habe gerade wieder das Stachelschwein gehört. Wer hat hier gestachelt? Ich habe das Stachelschwein. Er hat ein Stachelschwein. Ich bin tot. Ey, hier, du. Mach mal einen Abgang. Hier, kriegst du erstmal einen Stinkstiefel ins Face. Hä, was ist los mit dir, Alter? Der kommt... Also, unser Typ kommt einfach mit einem Tornado zu mir an und ballert mich in die Hölle. Jawohl. Alles klar. Unser eigener? Ja. Einfach so eiskult. Gut, den hat er selbst fast reingemacht. Also, so schlecht bin ich dann auch nicht. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja, komm. Auch meine Nase juckt. Ja, erstmal hier ein Friesen. Scheiße, ich glaube, ich habe eventuell gerade ein Play von unseren Typen versaut. Nein. Das Stachelschwein ist unterwegs. Ja, also mein Auto ist auch nicht wirklich vom Aussehen her anspruchsvoll. Ich habe halt kein Geld für Kisten benutzt oder so. Braucht man auch gar nicht. Es geht ja darum, wie man spielt. Ja, aber... Ich spiele mal hier sein Auto hoch. Boah! Alles klar, Alter. Boah. Alter, was hast du gesagt? 195 Körner? Ja, easy, Alter. Boah, ich merke schon wieder. Es ist so warm in meinem Zimmer. Wenn ich einen Lachanfall kriege, dann explodiert mein Kopf. Dann wird mir schon schwarz vor Augen. Ich sollte gleich mal das Fenster aufmachen. Sonst bekomme ich es mir nicht gut. So, wenn da schon drei Leute dranhängen, dann hänge ich mich auch nochmal ran. Nein, das war nur eine Vorlage. Ich dachte, da ist jetzt mein zweites. Weißt du, das ist bei uns genau umgedreht. Du bist in Rumble gut und ich bin extrem scheiße in Rumble. Deswegen kann man das gut ausgleichen. Gut. Wie bist du der Pro? Gut. Ja, richtig gut bin ich, Alter. Alter, wie schnell... Ja, du hast gerade, weißt du, diese übelsten Nicht-Skills. Ich bin so gut, dass man nicht mal sehen kann, wie gut ich bin. Das ist auch eine Art von Skill. Aber sowas von. So, ich habe ein Stachelschwein. Nein! Oh, shit. Warte, ich gehe da hinten. Stachelschwein! Fuck you, Alter. Er hat ein Stachelschwein getötet. Also, jetzt möchte ich, dass jeder Vegetarier und Veganer erstmal in die Kommentare spammen, was das für ein Sack ist, dass er ein Stachelschwein tötet. Ja, bitte, komm. Schaut alle raus. Stachelschwein Live Matters! Ey. Das hatte ich auch mal gebracht. Es ist ja irgendwie, es gibt ja irgendeinen Tag auch bei den, also im Christentum, wo man eigentlich kein Fleisch essen soll. Und dann kam der Freund zu mir, ja, heute darf ich leider kein Fleisch essen. Ich erstmal so, ja, ich esse heute Abend Schnitzel. Weee, Alter. Was war das denn gerade? Hä, was ist hier los? Ich komme nicht mehr klar. Ich habe keine Ahnung, das war richtig krank. So, erstmal jemanden übersteuern. Nein! Böses Stachelschwein! Hör auf zu stacheln, du Schwein! Weee! Ey, das ist ja wohl easy win gewesen hier, ey. Das ist ja keine Herausforderung, nicht wahr, für mich. Also, 54 Meter pro Sekunde, so ein Tor habe ich geschossen. Das musst du dir mal vorstellen. Das hast du nicht mal gesehen. Das ist außerhalb des Videos. Weil ich nicht in 60K aufnehme, sondern nur in 30... Äh, 60K! 60K, Alter! Weil ich nicht in 60 FPS aufnehme, sondern nur in 30. Du guckst, stell dir vor, 60K, du setzt deine Brille auf und die schmilzt. Die Kinoleinwand fängt an zu brennen, weil es 60K ist, ey. Ja, kann sie nicht ab. Das ist zu viel. Achtung, das sind 60K, das sind die Glubspros. Guck dir das nicht an. Guck dir wieder, Augen weggebrennt. Und wieder bei der Skuss. Deswegen die Glubspros, ey. Oh, Alter! Äh, er weiß Bescheid. Ähm, ja, wir hatten eine Runde, deswegen würde ich sagen, äh, beenden wir das hier. Wir beenden, wo die neue Runde anfängt, das ist immer gut so. Sollte man das machen. Na komm, ich würde sagen, wir ziehen die noch durch, oder? Ja? Ja, okay. Gut, jetzt machen wir auf jeden Fall weiter. Ich hab grad auf mein Handy geguckt, Mann, ich hab ne Nachricht bekommen.